Musik Moin moin YouTube Community und hallo Minecraft Fans Martin meldet sich zurück, back in Business, back in Tutorial Laune Wir haben heute Teil 2 Kolbenantrieb Befinde mich schon an meinem kleinen Raketenantrieb Schalt direkt mal jetzt hier kurz um, dass ihr auch wisst wo wir sind Da sind wir, das habe ich euch gestern ja in einem Video schon vorgestellt Die ganze Geschichte ist ja soweit jetzt fertig Bewegt sich aber, wie ihr festgestellt habt, sehr langsam Eure Vorschläge habe ich gelesen und will sie auch direkt umsetzen Hier mal im ersten Teil des Videos Im Teil 2 werden wir dieses Ding so aufbauen Dass wir den Kolbenantrieb in beide Richtungen steuern können Das ist nicht ganz so einfach, aber kommt heute im Tutorial So, wenn man diese Clock 8 dabei ist online Ich schalte mich mal eben auf unsichtbar Aber ich denke mir auf einer Server, sonst werde ich gleich noch gestört Ich starte mal die Clock Und ihr hattet ja den Vorschlag, die Sache ein bisschen schneller zu machen Ich habe sie schneller eingestellt Für den Start dieses Videos Und natürlich bewegt sich jetzt auch der Raketenschlitten Etwas flotter Aber, ihr habt eine Sache nicht bedacht Und zwar, ich habe eine sehr, sehr lange Bahn gebaut Und die Repeater-Signale verdoppeln Verdrei-Vervierfachen sich Weil, wenn die Clock schon das nächste Signal losschickt Sind die immer noch hier auf der Schiene Und so mehr Repeater angesprochen werden Umso schlimmer wird es auf der Xbox 63 Und umso mehr dampft das alte Lady-Teil hier Ich sehe, auja, ja, es geht schon los Es ist schon total ruckelig Ich bin jetzt host und flieg hier, ihr seht es Es geht irgendwie Und da seht ihr auch, die bleiben jetzt gleich stehen Wahrscheinlich die Ripi Ja, da bleiben schon die ersten Dann springt es noch ein bisschen Es sind einfach zu viele Ich denke mal, wo ich jetzt hier zeige Hier eine Grenze für die Nachbau zu setzen Kann ich nur empfehlen Ich habe es ein bisschen übertrieben Ein klein bisschen So, hauen wir das mal ganz schnell hier weg Und ich zeige euch mal eben alles Neues Ich bin so ein bisschen an Fahrstühlen Vom PC-Version am Ausprobieren Denke mir, kann ich euch mal kurz zeigen Wie so mein Zwischenstand ist Und dann, wie gesagt, bauen wir diesen Raketenantrieb nochmals nach Aber im Gegensatz zu der ersten Version So, da sind wir auch schon Bauen wir diesmal die ganze Geschichte da mit dem Fahrstuhl Ach, schöne Geschichte, runter geht es Also wie gesagt, Raketenantrieb gleich in beide Richtungen So, wenn man hier den Knopf drückt Dann geht es wirklich schick runter Mein Problem ist, es funktioniert nicht hoch Runter geht es in allen Arten Ich kann es nochmal zeigen Ich fahre es nochmal aus So, gehe hoch Egal wie man darauf rumspringt Runter funktioniert der Fahrstuhl richtig schick Nur wenn man ihn hochdrückt Ich mache es auch gar nicht Ich habe schon die Scheiben hier weggehauen und alles Dann klemmt es sich immer noch ein Das Timing passt noch nicht Egal, was ich an Schutzmechanismen einbaue Es funktioniert noch nicht Da müssen wir mal schauen Ich habe noch so ein paar Dinge am Laufen Aber das für spätere Tutorials Hier ist das, was der Quittung gebaut hatte Er war ja der Ideengeber Und nochmal danke, Quittung360 für diese klasse Idee Macht Spaß Ich denke mir Ich zeige euch jetzt erstmal die Funktionsweise in beide Richtungen Und dann bauen wir das ganze Ding nach Ich habe auch schon eine Platte dafür vorbereitet So, hier kommen jetzt die Pistons dran Der Unterschied ist natürlich der, dass man jetzt zwei unterschiedliche setzen muss Erst der normale, dann der haftende Und jetzt genau andersrum Erst der haftende und dann der normale muss dran Das hat natürlich einen Grund von dem Ein- und Ausfahrverhalten Das sieht man auch gleich Oder zeige ich auch nochmal ausgiebig im Laufe des Videos So, erstmal hier ein bisschen die Basik Was gibt es sonst noch ganz schnell? Tutorial heute Twitch kommt heute Morgen die Woche Bestimmt auch wieder Viel Stress momentan hier Die Sachen am Laufen zu halten Ich werde so ein bisschen hier rumspringen So, jetzt starten wir, denke ich mal die ganze Geschichte mal Am einfachsten Hier sind jetzt die vier angebracht Das ist die Doppelschaltung, die er gebaut hat Es sind zwei Clocks notwendig Weil wir das Signal ja in zwei Richtungen bringen müssen Nicht wie wir es gestern gebaut haben In eine Richtung So wie jetzt mit der langen Linie Da läuft die linke Glock Gleich, wenn wir am Ende sind Und da seht ihr auch das Problem Wenn jetzt der normale Kolben ausfährt Zieht ja der haftende Kolben ein Wenn ich das jetzt hier nur mit zwei Kolben probieren würde Müsste ich die Kolben immer kaputt hauen Und wieder umsetzen Weil sonst nämlich der haftende Kolben ja immer nur ausfahren würde Und ihn wieder einfahren würde Es würde keine Bewegung in die andere Richtung möglich sein Und das ist eben der Hintergedanke Denn das alles hier Der Raketenantrieb Sweet Denkt mal darüber nach Wenn wir das Signal irgendwie auf eine Vertikale, also nach oben bringen Statt auf der Horizontale Wie jetzt hier Dann könnte man damit Fahrstuhlkabine Nach oben und nach unten bewegen Oder Leute nach oben oder nach unten bewegen Das ist der Hintergedanke Den ich hier verfolge Dieses Signal umzulegen Oder beziehungsweise so zu schalten Später Mit noch ein bisschen Übung Dass wir es nach oben kriegen Aber jetzt bauen wir das einfach mal nach Und ich zeige euch alles Also Bodenplatte Breite ist 10 plus 1 Also 11 breit 3 hoch Seht ihr hier 5 auf jeder Seite Und dann die mittlere Spur Wie lange ihr es macht Ist eure Überlegung 3 hoch Und zu jeder Seite 5 Blöcke breit Wir legen ganz normal Jetzt hier wieder Die erste Fackellinie Genau wie gestern im Video Jetzt nehmen wir mal wieder Ich würde sagen Grüne Blöcke Jopp 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 Grün ist gut Und hauen die zweite Linie Hier drauf Jetzt kommen hier wieder Die Fackeln drauf Die jetzt wieder negativieren Invertieren Das heißt die gehen aus Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten Ihr könnt wie Ich kann es euch hinten Beim Quittung gleich nochmal eben zeigen Der hat jetzt direkt die Kolben Hier so drauf gelegt Ist optisch okay Kann man so machen Ich finde es ein bisschen schicker Wenn man da nochmal Blöcke drauf setzt Das heißt wenn ihr es jetzt so macht Dann fließt eben der Strom Auf dem Block Ich zeig es mal eben Hau den mal eben weg Und ihr seht die fahren genauso aus Dementsprechend könnt ihr es auch so lösen So dann hier die zweite Linie drauf Und das ist die erste Basis Wie gesagt die Grundplatte 3 hoch Und 11 Blöcke insgesamt breit So jetzt machen wir die gleiche Geschichte Wie im ersten Video Wir bringen erstmal eine Stromversorgung an Damit wir die ersten zwei Kolben Sag ich mal einfach nach rechts bewegen So dazu machen wir wieder alle zwei Reihen hier Schön unsere Repeater Vier Stück Die stellen wir gleich auf zwei Ticks ein Jeweils Wenn ihr da ein Fehler später macht Dann werdet ihr es sehen Daran dass der Kolben nicht richtig ein oder ausfährt Und dann bitte einfach die Ticks nochmal ganz genau überprüfen Ein Tick Fehler kann schon die ganze Sache stoppen Also da bitte genau nachzählen So hier alles auf fünf Die immer auf zwei Ticks Zwei, zwei, eins, zwei Also ein Tick hat ja der Repeater immer Deswegen sage ich zwei Ticks Maximal sind es ja vier Ticks Obwohl man nur drei Ticks ausfangen kann Aber jeder Repeater Bietet ja automatisch schon eine Verzögerung von einem Tick Das jetzt umzurechnen In der Zeit weiß ich übrigens gar nicht Wie lang ist eigentlich ein Tick Heißt das irgendwie mal mathematisch In Millisekunden festgehalten worden Irgendwo bestimmt bei Es gibt Minecraft Wiki Also ich kann echt nur empfehlen Wenn ihr mal was sucht Und ich wisst auch im PC Bereich Das Minecraft Wiki funktioniert So Das ist die Schaltung Die wir gestern gemacht haben schon Ganz genau die gleiche Geschichte Die können wir jetzt einfach hier miteinander verbinden Am Kopf kommt jetzt hier gleich Achso da hatte ich noch ein paar vergessen Kommt gleich eine Clock Wie gesagt im Gegensatz zu der gestrigen Schaltung Brauchen wir hier zwei Clocks Und natürlich gibt es verschiedene Clocks Auch da habe ich das in den Comments gelesen Bitte googelt mal bei uns auf SmartyCraft Best of Clocks So ich setze jetzt auf beiden Seiten jeweils Eins, zwei, drei, vier, fünf Machen wir hier ein grünes Endteil Repeater das auch alles gleich ist von den Ticks Und jetzt baue ich hier eben in grün mal die Clock dran So Dann machen wir die mal hier rum Dann machen wir hier eine Lücke rein Dann können wir die gleich da etwas entschärfen Und weil wir es ein paar Mal machen müssen Ups Egal Da können wir dann gleich einen kleinen Anclipser machen Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten Ihr habt es ja vorhin beim Quittung gesehen Das ist dann wieder so eine Geschichte Die ich auch gestern schon im Video mal wieder gesagt habe Achso ich vergesse die ganzen verschiedenen An- und Ausschalter-Clocks Ich nehme da immer eine ganz einfache Version, jetzt wird es aber ein bisschen dunkel, dementsprechend habe ich schnell für ein bisschen Beleuchtung sorgen. Achtet bitte darauf, ihr könnt ja seit, ich glaube TU 7 oder 8, auf Redstone-Lampen hier auf den Lämpchen keine Redstone-Leitung mehr legen. Früher ging das, das hat uns am Anfang echt Kopfschmerzen zerbreitet, da gingen auf einmal viele Schaltungen nicht mehr, wenn man die angemacht hat, weil die auf den Redstone-Lampen dann nicht mehr funktionierten, blöderweise. Naja, Glowstone-Lampen, wieso sage ich Redstone-Lampen, Glowstone-Lampen, jetzt kann ich hier einen An- und Ausschalter hinmachen, irgendwo. Wo bin ich jetzt hier, ich bin wieder total verwirrt, so warten wir einfach einen Schalter hier hin, okay. Was mache ich denn jetzt hier gerade, ist das denn jetzt, äh, egal, egal, ich baue jetzt einfach weiter, keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ich habe eine Bitte an euch, ich habe eine Bitte an euch, und zwar das geht um Twitch. Ihr müsst mir mal sagen, ich werde jetzt in Kürze bei Facebook mal ein paar Infos posten, und ich frage jetzt wirklich mal euch, was ich denn bei Twitch als nächstes erstmal zu Ende spielen soll. Ich kann mich da irgendwie nicht durchdringen zu irgendeinem Game, ich würde gerne das so, ich habe so vier, fünf Spiele zur Auswahl. Ihr müsst also jetzt bitte nicht mit eigenen Vorschlägen kommen, sondern ich werde eine Auswahl präsentieren, und da würde mich dann eure Meinung zu interessieren, was ich denn da mal auf Twitch in Zukunft länger und ausgiebiger noch zocken soll, neben Minecraft. Meine Ankündigung zu dem Wechsel auf die Wand kennt ihr auch schon, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder auf das Tutorial. Wir sind nämlich soweit mit der Basis wie gestern in dem Video, vorgestern in dem Video schon gezeigt, Kolbenrund, jeweils ist doch hier gerade Quatsch, aber egal. Bringt bitte, weil es in beide Richtungen hier läuft, Obsidian an, das, sowas brauchen wir nicht mehr, die Glowstone-Lampen brauchen wir nicht mehr, dann kann ich die da mal eben weghauen, macht mal hier ein bisschen Obsidian hin, damit sich die Sache nicht zu weit rausschieben kann, weil ist einfach sicherer. So, jetzt müssen wir erstmal kurz testen, bringen wir mal kurz an, ob es funzt. So, die einfache Schaltung erstmal testen. So, runter, Knopf drücken, Start, was habe ich denn da? Keine Ahnung, auf jeden Fall, so, Pupf, ja, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, funktionierst du auch. Erstmal in Ruhe gucken, ob ich auch alle Ticks richtig gesetzt habe in meinem Riedelfleisch hier. So, sieht aber eigentlich ganz ordentlich aus, ja, ja, doch, scheint zu funzen. So, jetzt müssen wir das ganze Ding ja auch einmal andersrum machen, denn wir müssen jetzt gleich, und hier seht ihr es nochmals, wenn es jetzt hier zum Ende gleich kommt, was ich vorhin gesagt habe, das Problem. Jetzt kann man natürlich die abschlagen und wieder kaputt und neu setzen, aber es bringt nichts, weil jetzt fährt der Haften, wenn ein Signal kommt, einmal kurz aus und zieht den wieder ran. Und dementsprechend würde jede Schaltung in die andere Richtung generell nicht funktionieren. Und deswegen macht es natürlich keinen Spaß an der ganzen Geschichte und läuft immer weiter so. So, jetzt müssen wir hier mal die Sachen weghauen. Was ist denn, warum ist denn noch das Signal an? Was habe ich denn da gerade? So, jetzt mal ganz kurz, ich habe da gerade irgendwie so, ach so, ach, ich bin doch total bekloppt. Ich bin doch total hohl in der Birne. Boah, bin ich hohl in der Birne. Wo habe ich denn jetzt das Ding hingesetzt? Ja, 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 Smarty, du bist der Held, echt. Entschuldigt, liebe Community. Ich, ja, 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 klar, ist klar, Herr Meier. Du bist doch toll. Was habe ich denn hier gerade gebaut? Einfach ohne jedes Denken da irgendwas hingesetzt. Ja gut, mal ein bisschen Denken gehört schon dazu, Mr. Smarty. So, dann machen wir hier mal eben so und den runter. Ja, 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 ich bin einfach der Held. Jetzt müssen wir, wie gesagt, das Signal einmal anderseitig machen. Dafür legen wir eine neue Spur und ihr haut jetzt bitte immer bei jedem vierten Block hier diese Blöcke einmal auf der Platte weg. Und zwar genau da, wo ihr die Signale setzen wollt. Jeweils da, da, da macht ihr eine Lücke. Denn jetzt brauchen wir den Platz nach unten, deswegen ist die Platte schon ein bisschen höher. Jetzt bitte immer nur zwei Pistons auf die anderen setzen. Zwei Repeater natürlich, die bitte alle maximal vier Ticks ausfahren. Wir müssen das so ein bisschen kompensieren. Und das funktioniert auch so. Und jetzt kommen die noch auf die andere Seite dran. So, und hier genau die gleiche Geschichte. Immer zwei Repeater setzen. Und auch die einfach mal auf vier Ticks. Also nochmals, wie vorhin schon gesagt, drei plus eins, ein Tick hat er. Deswegen sagt er, es macht hier immer vier. Eins, zwei, drei steht da zwar nur, aber es sind dann eben vier Ticks. Das habe ich mir auch von Redstone Prophys erklären lassen. So, jetzt müssen wir das Signal von der Seite aus hier ansteuern. Und jetzt müssen wir hier unten ein bisschen was basteln. Das ist aber eigentlich auch relativ einfach und symmetrisch. Und ich zeige es mal ganz in Ruhe, dass ihr seht, was ich jetzt hier mache. Als erstes mal jetzt nochmal hier. Von hier kommt das Signal gleich an. Dann setze ich hier einen Repeater hin. Und jetzt verbinde ich von hier oben die ganze Geschichte mit einem Redstone Signal. Und jetzt hier auch ein Redstone Signal. Und wie kriege ich das angepowert? Indem ich in diese Lücke wieder einen Repeater setze. Der dann eben von hier stroben über den Block und dann weiter geht. So, so wird dann eigentlich alles angestrahlt. Und das ist eigentlich die Verbindung. Und die setzt ihr genau wie die anderen Repeater auf der anderen Richtung wieder auf fünf Blöcke. Äh, vier Ticks. Was sage ich da für Blöcke? So, das müsst ihr eben zumachen hier. Alles so kleines Schachmuster. Schachbrettmuster hier im Mini-Format. Bisschen reinziehen. Dann hier überall noch die Repeater hinsetzen. Seht ihr hier von hier oben. Einfach durch die Repeater dran. Den brauche ich glaube ich nicht mehr. Der müsste überflüssig sein. Den brauche ich dann auch nicht mehr. Und alle auf vier Ticks. Mein Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder? Smarty, streng dich an. Viele Abonnenten, erwarte das von dir. Okay, okay, okay. Ich streng mich an. Jetzt konzentriert und weiter. Und jetzt hier, wie gesagt, einfach noch verbinden die ganze Geschichte. Und schon ist die eine Seite verbunden. Und wir können das Signal im Prinzip von der anderen Seite genauso einspeisen. Jetzt machen wir hier einmal genau die gleiche Geschichte mit den Glocks rum. Ich wollte schon ausprobieren jetzt mal. Das wird jetzt hier ein bisschen schmaler, weil fehlt ja jetzt hier ein Block. Die sitzt jetzt ein tiefer. Dementsprechend habe ich nicht ganz so viel Platz für meine Glock. Ich mache jetzt hier mal auf der anderen Seite die gleiche Geschichte hin. Mal kurz gucken. Das ist schon zu weit. So weit brauche ich gar nicht. Bis dahin muss ich da. Und dann jetzt hier die Lücke rein. Und dann wieder das gleiche Schachbrettmuster jetzt hier dran. Und dann verbinden wir die gleiche Sache wieder mit Repeatern. Wieder auf vier Ticks. Hahaha. Ha. Bist du ein braver Repeater. Alles auf vier Ticks einstellen. Und jetzt haben wir es hier ein bisschen schmaler. Das wollte ich eigentlich auch mal sehen. Ich wollte die ganze Geschwindigkeit auch hier direkt mal erhöhen, bevor ihr wieder meckert. Ich werde jetzt mal auf der Seite nur jeweils sechs Repeater müssten es sein. Es müsste einer weniger sein. Drüben waren es acht Repeater in der Glock. Jetzt müssten es hier sechs sein. Jetzt mache ich es direkt richtig. Zweimal passiert mir der Fehler nicht. Eins, zwei, drei. Hier sind es dann sieben. Und hier sind es jeweils drei, drei, drei. Auf der anderen Seite sind es vier, vier. Und schaut mal hier kurz. Da seht ihr es. Da haben wir es auf der anderen Seite mit vier. Und wir machen es aber jetzt hier auf dieser Seite mal mit drei. Und wenn das Signal dann in der Richtung gleich gut funktioniert, dann können wir auch drüben direkt nochmal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. So, was mache ich jetzt hier? Quatsch. Das ist ja Quatsch. Lassen wir einfach so. Quatsch. Nein, nein, nein. Konzentration. So, einmal rum. Und hier einmal rum. Dann haben wir das Ganze verbunden. Hier natürlich wieder alles auf vier Ticks ausfahren. Ich sage dazu aber jetzt nichts nochmal. Ne, 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 ne. Achso, Ankündigung. Ich baue an meiner Mansion. Ich bin dabei, Smarties privaten Wohnsitz zu starten. Werde ich wahrscheinlich heute Abend noch bei Twitch ein bisschen bauen. Könnte gut sein, wenn ihr Lust und Laune habt und das hier gerade seht. Heute Abendmorgen so die Tage immer wieder Twitch einschalten. Wäre nett, wenn ihr mich da auch mal abonniert. So, jetzt testen wir das Ding mal in die andere Richtung. So, haben wir mal eben so ein hin und her. So, und gucken wir mal, ob es jetzt auch mit 6 hier funktioniert. Machen wir jetzt mal ganz schnell, bevor wir hier was dran setzen. Einmal an. Läuft einmal los. So. Mal sehen, ob es läuft. Und nein, läuft. Ähm, hm. Hm, hm, hm. Was habe ich jetzt vergessen? Ticks nicht gesetzt, Sachen nicht gesetzt. Smart, ach so. Hm, ja, okay. Ohne Rettstum kann es natürlich nicht funktionieren. Der muss natürlich auf die andere Seite genauso gesetzt werden. So, jetzt geht es schon los. Ja, ha, 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 ha. Da Funster ist. Gut, 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 gut. Bewegt sich. So, jetzt müssen wir es einfach nochmal kurz ausschalten. Hier, dann können wir hier auch direkt noch, wie ich gesagt habe, weghauen. Ist noch ein bisschen schneller. Nehmen wir mal hier einfach zwei weg. Dann haben wir die ganze Geschehen nicht schon ein bisschen schneller in beide Richtungen. Könnte ich noch. Ach, egal. Zwei reichen jetzt erstmal. Und dann machen wir jetzt mal hier eben auch ganz kurz. Der Becher verlässt mich. Pöser, pöser, pursche. Du kannst mich noch nicht hier einfach verlassen. Na gut, der war, glaube ich, sowieso schon die ganze Zeit nicht aktiv mehr dabei. Und jetzt mal hier ganz kurz nochmal eben schnell den Pisten dran. Und so, das sollte reichen. Machen wir jetzt hier mal noch einen Repeater vor. Den Knopf vier zu setzen, könnt ihr vergessen. Das bringt nichts. Würde man immer so gerne tun. Na ja, so bringt es natürlich gar nichts. Aber nein, nein, also direkt unten Knopf nimmt der Repeater leider das Signal so nicht an. Aber so direkt funktioniert es dann. So, jetzt hier noch ein Hebel dran und runter. Und dann haben wir es fertig. Dann können wir jetzt mal alle vier dran setzen. Und Schlusstest. Erstmal von der Seite, erst der normale. Dann, Moment mal, dann kann ich hier direkt noch einen normalen setzen. Ne, halt, hier kommt der normale hin, andersrum. Außen jeweils und nach innen dann, Moment, den muss ich erstmal so ein und den hauen nicht weg und den andersrum. So, und dann checken wir es, ob es funzt. So, erstmal in die eine Richtung. Und nochmal, wer jetzt einfach vorgespult hat. Die ganze Geschichte ist natürlich für so einen Antrieb nach rechts oder links schon ganz nice. Gerade für die 360er PS3-Version. Aber der Grundgedanke dahinter ist natürlich von unserer Seite aus. Dieses ganze Ding in eine vertikale zu bringen. Weil dann könnte man da Blöcke draufsetzen und Fahrstuhl, Fahrstuhlkabinen schaffen, die hoch und runter fahren. Und zwar ohne Begrenzung. Das wäre natürlich das Geniale. So, jetzt hoffen wir, dass es auch gleich noch in die andere Richtung läuft. Und ich bedanke mich schon mal. Ein Like oder Abo für den Smarty wäre doch echt drin. Wäre nett. Wäre sehr, sehr nett, wenn es euch gefallen hat. Jo, und schon geht es los. Jo, und läuft in beide Richtungen. Ich zeige euch jetzt nochmal zum Abschluss so für ein, zwei Aufnahmen. Wenn ihr es nachbauen wollt, bleibe ich jetzt hier mal so in ein, zwei Großaufnahmen nochmal für die Optik stehen. Damit ihr da vielleicht nochmal nachbauen könnt. Bedanke mich nochmal fürs Einschalten und für jedes Abo oder jedes Like. Nochmal zum Big, Big Thank. Vielleicht sehen wir uns ja noch auf Twitch. Dann könnt ihr ein bisschen mit mir chatten. Fände ich schon sehr nice. So, die Aufnahme nochmals hier. Da seht ihr auch wieder das Problem, wenn der ein- und ausfährt, was ich vorhin beschrieben hatte. Und hier unten nochmal die Glammchen. Fünf, zwei, zwei. Außen fünf, innen immer zwei. Außer die Zweierreihen auch mit vier Ticks. Warum sage ich wieder fünf, vier Ticks, verdammt? Tschüss, euer Smarty. Man sieht sich online. Bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.